Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Underworld. Weiter geht es, Soundcheck. Passt. Äh, ja. Das hat den erwischt. Und hier rüber. Oha. Jetzt kommt eine große Kletterpassage. Da. Oben bleiben, Lara. Oben bleiben. Oben bleiben. Oben bleiben. Jetzt muss ich den Weg finden. Boah, diese blande Nebel ist bisschen blöd. Blöde Spinne. Blöde Spinne. Hey, hat geklappt. Was soll das denn? Wo muss ich hin? Das hat ja geklappt, hier hinzukommen. Genützt hat es mir aber nicht. Wo bist du hin, Spinne? Ja, so soll es sein. Diese ganzen Spinnen hier, die hier ganz rum... Wie ist er? Olaaa? Yay, ich kann wieder hoch. Was war das denn? So war das nicht gedacht. Ja. Mein! Und man sieht nämlich mal den Aufprall. Blöde Spinne. Mit Dembsmordgedanken. Ei. Stirb. Wozu ist dieser Weg hier? Secret. Hat hier einer dieser Dicken ist? Nö. Nur diese Ninja-Spinnen mal wieder. Du sollst die zerstören. Da ist nämlich ein Secret drin. Kannst du nicht? Was ist dieser Weg hier? Dann bin ich. Danke. Und ich bin. Und du hast. So, bleib drauf. Ich muss nämlich nach oben. Nah! Das war wohl nichts. Okay, diese Kleine Anlage ist ein bisschen schwieriger als gedacht. Oho! Da sind immer noch ein paar Fledermäuse. Oder sind die jetzt zerquetscht? Nein! Nein! Wo muss ich denn jetzt hin? Nein! Nein! Das war's für heute. Wow, das war ein komischer Sprung. Was? Was? Wie? Was? Warum? Okay, ich muss einfach nur so springen. Was? 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 Verdammt! Fallen und Sprungeinlagen. Was? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Hehehehe! Hi! Na genau! Au! Blödes Teil weg! Yay, jetzt funktioniert alles! Wie jetzt? Ach so funktioniert das! Und wieder rüber! Da ist ein Secret! Das hätte ich fast übersehen! Aber ich würde sagen, hier mache ich jetzt einen Cut und bis zum nächsten Part!